Hallo, heute spricht Sonja Yamamoto zu euch hier von der Vita Akademie. Ich bin heute hier in meinem Büro in Westerstede. Natürlich bin ich alleine hier aufgrund der Corona-Krise, aber das heißt nicht, dass das Vita Team nicht weiterarbeitet. Wir sind trotzdem für unsere Teilnehmer da. Ich darf hauptsächlich Fokus-Shop mitmachen. Meine Teilnehmer, das sind Einzelcoaching-Teilnehmer. Es macht unabhängig viel Spaß, weil man baut relativ schnell ein großes Vertrauen auf und man kommt einfach auch schnell voran. Das ist wirklich toll. Unsere Teilnehmer können wir jetzt weiterhin, wir sind weiterhin für euch da. Ob das über Post und E-Mail und Nachrichten ist oder Telefoncoaching, für die, die die Möglichkeit haben, bieten wir aber auch Kameracoaching an. Wir wollen euch bloß sagen, bleibt zu Hause, bleibt gesund, wenn ihr Hilfe braucht, Unterstützung braucht, egal was es ist. Wir sind weiterhin für euch da. Ihr könnt uns über Telefon, über E-Mail erreichen, hier in unserem Büro, aber natürlich auch auf den sozialen Netzwerken wie Facebook und Instagram. Schreibt einfach unten in die Kommentarbox, teilt das auf euren Netzwerken, gebt Informationen wieder, egal welche Fragen ihr habt oder ob ihr Interesse habt, habt bei uns mitzumachen, meldet euch einfach. Wir wünschen euch vom ganzen Vita-Team das Beste. Tschüss!